Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hier ist eine neue Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem Podcast aus der Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Jetzt hat es auch uns erwischt. Wegen einer SARS-CoV-2-Coronavirus-Infektion ist der März-Podcast leider ausgefallen. Jetzt aber sind wir wieder fit und für Sie da und haben eine neue Ausgabe unseres Podcasts am Start. Diesmal geht es unter anderem um die Folgen des Kriegs in der Ukraine und um die Frankophonie. Na, haben wir Ihre Neugierde geweckt? Dann unbedingt weiterhören. Ich wünsche Ihnen viel Hörvergnügen bei der 11. Folge von Ici Berlin. Hier ist Berlin und mit diesen Themen. Lernen trotz Krieg und Flucht, wie man im deutschsprachigen Belgien schulpflichtige Kriegsflüchtlinge beschult. Theater trotz bedrückenden Weltgeschehens, wie die Berliner Schaubühne mit der aktuellen Lage umgeht. Und Botschaft der Hoffnung, die internationale Organisation der Frankophonie setzt auf die Jugend der Welt. Zu unserem ersten Thema. Wer geglaubt hatte, Europa, die Europäische Union oder den europäischen Gedanken nicht länger als Friedensprojekt beschreiben zu können, weil dieser Begriff des Friedensprojektes niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken kann, der gerät angesichts des Kriegs in der Ukraine jetzt ins Grübeln. Gut drei Flugstunden von Brüssel und zwei ein Viertel Flugstunden von Berlin entfernt. Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, einem Land im Krieg. Längst ist ein Flüchtlingsstrom in Gang gekommen. Millionen von Menschen haben ihr Land verlassen. Darunter viele Kinder im schulpflichtigen Alter. Trotz Trauma durch Krieg und Flucht ist ihre Bildung aber wichtig. Auch deshalb werden überall, wo Flüchtlingskinder in diesen Tagen ankommen, Bildungsangebote für sie bereitgehalten. So auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Eine enorme Herausforderung für Schulen und Lehrkörper. Dennoch wird diese Problematik angepackt, sagt Ruth Dessy. Sie ist Fachbereichsleiterin Pädagogik im Ministerium im ostbelgischen Otten. Also es gab schon unterschiedliche Herausforderungen, aber eine der wesentlichen war wirklich, die Lehrer zu finden, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten können. Denn diese Schüler, die aus der Ukraine zu uns kommen, werden zuerst in der Unterrichtssprache fit gemacht, sprich in Deutsch und werden in sogenannten Sprachlernklassen unterrichtet. Hier war es wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung und es ist immer noch eine große Herausforderung. Lehrer zu finden, die sich hier mit diesen Schülern auf das Unterrichten einlassen. Ganz wichtig war für uns, dass wir Weiterbildungen und Ausbildungen für diese Lehrer organisieren und so haben wir sehr, sehr kurzfristig eine Weiterbildung im Mai programmiert und die Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache, die ursprünglich für 2023 angedacht war. Die bieten wir jetzt schon im Herbst 2022 an. Erst einmal führt also am Erwerb von Sprachkompetenz im Deutschen kein Weg vorbei. In Ostbelgien wird traditionell das Erlernen von Fremdsprachen seit langem besonders gefördert und sind auch die Lehrerinnen und Lehrer für diese Fächer gut vorbereitet, wenn es um die Integration anderssprachiger Kinder und Jugendlicher in den Regelunterricht geht. Ein Umstand, der, wie Ruth es hier erklärt, sich jetzt erneut als Vorteil herausstellt. Ja, das kann man wirklich so sagen. Wir haben ja schon die Sprachlernklassen seit langem auf dem Gebiet der deutschsprachigen Gemeinschaft und wir haben Lehrer, die schon diese Ausbildungen durchlaufen haben, die schon unterrichten und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil zuerst haben wir die ukrainischen Schüler in die Klassen integriert, in denen schon Schüler mit Migrationshintergrund unterrichtet werden. Das ist natürlich sehr, sehr positiv und gerade diese Lehrer haben einen extremen Schatz an Erfahrungen und können auch unterstützend wirken, wenn neue Lehrer kommen und neue Sprachlernklassen eröffnet werden. Wenn wir jetzt in anderen Unterrichten unterwegs sind, es gibt nämlich auch ukrainische Schüler, die schon mit sehr, sehr guten Sprachkenntnissen bei uns angekommen sind und in Regelschulen beschult werden. Diese Schüler folgen dann dem klassischen Unterricht und der Lehrer muss einfach nur ein besonderes Augenmerk darauf haben, inwieweit der Schüler auch effektiv alles verstanden hat und vielleicht dann nochmal gezielter nachfragen, mehr Differenzierungen im Unterricht einbauen. Aber das ist an sich nicht etwas Neues. Das soll der Lehrer auch machen, wenn keine ukrainischen Schüler in der Klasse sind. Wir haben immer Schüler unterschiedlichen Niveaus und daher ist diese Differenzierung in den jeweiligen Lernsituationen sehr wichtig und sehr sinnvoll und gerade bei Schülern aus der Ukraine. Wichtiger Aspekt im Umgang mit den Herausforderungen zur Beschulung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine ist der Austausch mit Behörden im In- und Ausland, die mit gleichen Umständen konfrontiert sind. Hier spielen die Außenbeziehungen aus Belgiens und damit auch unsere diplomatische Vertretung hier in Berlin eine bedeutende Rolle. Abschließend noch einmal Fachbereichsleiterin Wir haben uns also im Vorfeld auch kundig gemacht, jetzt nicht nur auf pädagogischer Ebene, sondern auch auf Ebene der Unterrichtsorganisation und auf Ebene des Unterrichtspersonals, wie innerbelgisch damit umgegangen wird in den beiden anderen großen Gemeinschaften. Und wir haben unseren Blick auch nach Deutschland gerichtet mit ganz spezifischen Fragen, um ukrainische Schüler, die bei uns ankommen, bestmöglich unterstützen zu können. Das ist wirklich für uns sehr, sehr wichtig, denn gerade diese Außenbeziehungen spielen eine große Rolle bei der Planung und Umsetzung unterschiedlicher Projekte, wie zum Beispiel hier auch jetzt die Beschulung ukrainischer Schüler. Und da sind gerade diese Außenbeziehungen von wesentlichem Vorteil. Wir erhalten dadurch sehr, sehr schnell Rückmeldung. Die Infos, die wir dann erhalten, helfen uns auch, die eigenen Konzepte aufzubauen. Endlich wieder ins Café, Restaurant, ins Kino oder ins Theater. Und das ohne einschränkende Auflagen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wen hat die langsame Rückkehr zu einer neuen Normalität nicht gefreut. Und dann das. Krieg in Europa. Krieg an den Grenzen zur Europäischen Union. Krieg in der Ukraine. Was macht das mit Theatermachern? Ins Theater gehen, wenn in relativ geringer Entfernung ein barbarischer Krieg wütet. Gefragt habe ich das für diese Ausgabe unseres Podcasts Nils Haarmann. Er ist Dramaturg an der Schaubühne am Leniner Platz hier in Berlin. Und er sagt. Tja, das ist natürlich eine Frage, die stellen sich sicherlich viele Menschen auch jeden Morgen bei ganz vielen Tätigkeiten, Aktivitäten. Diese Gleichzeitigkeit von barbarischen Kriegsverbrechen und unserem Alltag, zu dem ja das Theater dann gehört, die ist unerträglich. Also das geht uns natürlich so, die wir am Theater arbeiten und dann Stücke proben, ein Festival organisieren, ein internationales Theaterfestival und endlich wieder Publikumsverkehr haben. Das geht aber natürlich unserem Publikum auch so. Ja, es ist schwer. Es sei schwer, sagt Nils Haarmann also, mit dem Theater unmittelbar Antworten auf die grausamen Ereignisse in der Ukraine zu geben. Verweist dann aber in unserem Gespräch auch auf den nachhaltigen Einfluss, den der Krieg in der Ukraine auf das Theatermachen haben wird und merkt dabei gleichzeitig an. Ich bin natürlich immer vorsichtig sozusagen, ob man die Kunst nicht einerseits unter und andererseits überschätzt, wenn man direkt Antworten aus der Kunst erwartet. Aber natürlich wird sich das Theatermachen in den nächsten Jahren verändern. Das, da bin ich ganz sicher, auch natürlich durch die, durch Theaterschaffende, die jetzt aus der Ukraine und zum Teil natürlich auch aus Russland hierher kommen. Und natürlich aber auch, weil sozusagen es ja immer in einer engen Anbindung, so wie wir hier Theater machen, an die uns umgebende Welt stattfindet. Diese Haarmann derzeit umgebende Welt ist die des Feindfestivals für neue Dramatik. Ein Theaterfestival, an dem seit Jahren auch unsere Vertretung indirekt beteiligt ist, fördern wir doch die Anwesenheit der inzwischen dem Berliner Publikum gut bekannten Kompanie Das Fräulein um die Theatermacherin Anne-Cécile Van Dalem. Ihre Trilogie Tristesse, Arktik und zuletzt Kingdom geht auf das Scheitern der westlichen Zivilisation im Umgang mit der Umwelt ein. Schon früh hatte Dramaturg Nils Haarmann Kontakt in die Wallonie nach Lüttich und auch nach Brüssel und wuchs die Zusammenarbeit mit der Kompanie Das Fräulein und Anne-Cécile Van Dalem über Jahre zu einer festen Partnerschaft mit der Schaubühne am Leniner Platz hier in Berlin, so Nils Haarmann. Wir haben ja wirklich lange, lange zurückreichende Kontakte in beide Teile, aber eben auch sehr viel in das französischsprachige Belgien. Es gibt eine enge Partnerschaft mit, eigentlich mit beiden großen Theatern, also mit dem Theater de Liège, aber auch mit dem Theater National Wallonie-Bruxelles. Und tatsächlich war es mit der Kompanie Das Fräulein und Anne-Cécile Van Dalem, so dass Serge Rangoni, der künstlerische Leiter des Theater de Liège, den wir gut kennen und den ich lange kenne, sozusagen mit dessen Theater wir eine enge Verbindung und Partnerschaft haben, uns vorgestellt hat. Und das ist viele Jahre schon her. Und ich so auch auf ihre Arbeit aufmerksam geworden bin und zunächst mit Videoaufzeichnungen, Inszenierungen angeguckt habe. Und damals entstand gerade der erste Teil der Trilogie Tristesse. Das heißt, den hatten, den haben wir sozusagen auch bei den Proben, habe ich den dann verfolgen dürfen und in Liège zur Premiere gesehen und fand das eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und aus vielen Gründen denke ich auch, dass das Theater von Anne-Cécile Van Dalem mit uns viel zu tun hat. Also sie erzählt Geschichten. Sie schreibt Stücke, die sozusagen, die sie heute jetzt schreibt. Sie entwickelt ganz eng in enger Zusammenarbeit mit ihren Schauspielerinnen und Schauspielern ihre Stoffe. Und ja, für sie ist Theater sozusagen ein Medium, Geschichten zu erzählen. Und das hat natürlich viel mit einerseits mit unserem Festival für internationale neue Dramatik zu tun. Da spielen wir ja jetzt auch keine Klassiker-Adaptionen oder auch keine abstrakten, eher performativen Stücke, sondern sind ja wirklich auf der Suche nach Autorschaft und nach Theatermachenden, die die Geschichten erzählen, die Dialoge schreiben, die Situationen schreiben. Und all das kann Anne-Cécile Van Dalem auf eine ganz eigene und eine sehr besondere Weise. Also wie sie das Komische und das Tragische miteinander mischt, wie sie so einen grotesken, schwarzen, düsteren Humor entwickelt, wie sie unglaublich dicht Atmosphären schafft. Das bewundere ich sehr. Diese Zusammenarbeit mit der Theaterwelt in der Föderation Wallonie Brüssel, in Lüttich, aber auch in der belgischen Hauptstadt, wird indes weitergehen, verriet uns Dramaturg Nils Haarmann. Wir dürfen auf die zukünftigen Kooperationen mit der Schaubühne am Leniner Platz also gespannt sein. Und damit schon zu unserem letzten Thema in dieser Ausgabe von ICI Berlin. Hier ist Berlin und da geht es um die Frankophonie. Besser gesagt, den alljährlich weltweit begangenen Tag der Frankophonie am 20. März. Da unser März-Podcast coronabedingt ja leider ausfallen musste, holen wir die Aufarbeitung diesen Monat nach. Alljährlich richtet sich nämlich die Generalsekretärin der Internationalen Organisation der Frankophonie mit einer Schwerpunktrede an die inzwischen gut 300 Millionen französisch sprechenden weltweit. 88 Staaten sind Mitglied der OIF, der Organisation Internationale de la Francophonie, mit ihrem Sitz in Paris. Und eine Gruppe dieser französischsprachigen stand in der diesjährigen Ansprache von OIF-Generalsekretärin Mouchikawabo zum 20. März im Mittelpunkt. Die Jugend, der die Generalsekretärin den diesjährigen Tag der Frankophonie gewidmet hat und die Inkarnation und Zukunft gleichermaßen darstelle. Die Jugend sei der größte Vorteil und wertvollstes Humankapital der Frankophonie. Diese Botschaft habe sie als OIF-Generalsekretärin auch beim jüngst in Brüssel veranstalteten EU-Afrika-Gipfel überbracht, sagt Louise Mouchikawabo. Je veux dédier ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, à notre jeunesse, l'incarnation et l'expression de la francophonie de l'avenir. Les jeunes constituent l'atout principal de la francophonie, ce précieux capital humain, à faire fructifier partout. C'est le message assorti de propositions que je porte au nom de notre organisation au sommet Europe-Afrique tenu le mois dernier à Bruxelles. Die internationale Organisation der francophonie habe die klar artikulierten Wünsche ihrer Jugend nach qualitätsvoller Ausbildung, einem Arbeitsplatz und einer gesunden Umwelt nicht nur gehört, sondern auch verstanden, so die Generalsekretärin in ihrer März-Ansprache. Hierzu und für die Arbeit an der francophonie von morgen würden schon jetzt Bildungsprogramme konsolidiert und Lehrer-Weiterbildungs- und Austauschprogramme angepasst. Gleichzeitig würde auch der beruflichen Bildung zukünftig deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt und fördere man die Fähigkeiten und Kompetenzen für Unternehmertum zur Innovation und der Integration in den Arbeitsmarkt, sagte die Generalsekretärin. Bénéficier d'une éducation de qualité, avoir un emploi et vivre dans un environnement sain. Chers jeunes, ce que je veux vous dire en ce 20 mars, c'est que nous vous avons non seulement écouté, mais aussi entendu. Pour construire ensemble la francophonie de l'avenir, d'ores et déjà, nous consolidons nos programmes dans le domaine de l'éducation en favorisant plus que jamais la formation et la circulation des enseignants dans notre espace. Pour construire avec vous la francophonie de l'avenir, nous investissons de plus en plus dans la formation professionnelle. Nous voulons favoriser chez vous l'acquisition des aptitudes et des compétences, dont vous avez besoin pour entreprendre, innover et vous insérer dans le marché du travail. Zum Abschluss Ihrer diesjährigen Ansprache zum Internationalen Tag der Francophonie im März wagte Generalsekretärin Ushiki Wabo einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Nach zwei Jahren der Pandemie, aber auch einer umfassenden Impfkampagne gegen Covid-19, zähle sie auf die französischsprachige Jugend in der Welt, um Vorurteile abzubauen und an der Zukunft einer gemeinsamen Francophonie, die innovativ, ohne Komplexe, dabei mehrsprachig und multikulturell ist, mitzubauen. Abschließend noch einmal Louise Mushiki Wabo. Alors qu'après deux années marquées par la pandémie de la Covid-19, grâce au progrès de la vaccination, il semble enfin permis de se projeter plus sereinement dans le futur, je compte sur vous, les plus jeunes, pour déconstruire les clichés et construire avec nous cette francophonie de l'avenir, innovante, décomplexée, multilingue et pluriculturelle. La nôtre, la vôtre. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der elften Folge von ICI Berlin, hier ist Berlin. Danke fürs Zuhören, sagt jetzt das gesamte Team der Diplomatischen Vertretung aus Belgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann, bleiben Sie gesund. Tschüss. Wir sehen, die vierte Dinge.